Hallo und herzlich willkommen bei SprachKUKO Deutsch lernen. In diesem Video lernt ihr, wie ihr Passivsätze im Deutschen in allen Zeitformen bildet. Ich zeige euch zunächst einen Aktivsatz und dann den entsprechenden Passivsatz. Außerdem zeige ich euch diese Sätze mit und ohne Modalverb. Und ich zeige euch, wie sich diese Strukturen in einem Hauptsatz und in einem Nebensatz verhalten. Und am Ende des Videos gibt es noch eine Übung für euch. Wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran. SprachKUKO Deutsch lernen Ich möchte dieses Video mit einem Aktivsatz im Präsens beginnen. Anschließend zeige ich euch den Satz im Passiv. Und das werde ich dann mit allen Zeitformen tun. Bitte beachtet, dass alle Sätze im Indikativ stehen. Beginnen wir mit dem ersten Satz. Eva wäscht die Wäsche. Dieser Satz im Passiv. Die Wäsche wird gewaschen. Das Akkusativobjekt des Aktivsatzes wird zum Subjekt des Passivsatzes. Das Passiv bildet ihr mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip 2 des Verbs waschen. In diesem Beispiel lautet das Partizip 2 gewaschen. Die Wäsche wird gewaschen. Sehen wir uns nun einen Satz im Präteritum an. Das Hilfsverb steht nun im Präteritum. Außerdem gibt es wieder das Partizip 2. Und sehen wir uns jetzt das Perfekt an. Eva hat die Wäsche gewaschen. Und im Passiv. Die Wäsche ist gewaschen worden. Im Plusquamperfekt. Eva hatte die Wäsche gewaschen. Und im Passiv. Die Wäsche war gewaschen worden. Sehen wir uns jetzt das Futur 1 an. Eva wird die Wäsche waschen. Und im Passiv. Die Wäsche wird gewaschen werden. Und zu guter Letzt noch das Futur 2. Eva wird die Wäsche gewaschen haben. Und im Passiv. Die Wäsche wird gewaschen worden sein. Die Wäsche wird gewaschen worden sein. Das Prädikat ist vierteilig, wie ihr sehen könnt. Diese Struktur besteht aus den Teilen wird gewaschen worden sein. Jetzt sehen wir uns alle Formen noch einmal in einer Übersicht an. Bitte merkt euch diese Übersicht. In der Beschreibung dieses Videos findet ihr auch eine PDF-Datei zum Herunterladen. Diese PDF-Datei beinhaltet alle Formen aus dem Video. Es ist also eine tolle Übersicht, um das Vorgangspassiv in allen Zeitformen zu lernen. Außerdem könnt ihr so auch die Aktivsätze und die jeweiligen Tempus-Formen noch einmal wiederholen. In der Beschreibung einfach auf den Link klicken und herunterladen. Viel Spaß damit. Jetzt sehen wir uns aber alle Formen noch einmal mit einem Modalverb an. Auch jetzt möchte ich zunächst einen Aktivsatz nennen und dann einen Passivsatz. Und am Ende gibt es wieder eine Übersicht zu allen Formen. Und dann gibt es noch eine Übung für euch. Beginnen wir mit dem ersten Beispielsatz. Im Präsens lautet der Satz mit Modalverb Eva muss die Wäsche waschen. Im Passiv Sehen wir uns diesen Satz nun im Präteritum an. Zunächst im Aktiv Eva musste die Wäsche waschen. Und jetzt im Passiv Die Wäsche musste gewaschen werden. Sehen wir uns jetzt das Perfekt an. Eva hat die Wäsche waschen müssen. Und im Passivperfekt Die Wäsche hat gewaschen werden müssen. Die Wäsche hat gewaschen werden müssen. Im Plusquamperfekt zunächst der Aktivsatz. Eva hatte die Wäsche waschen müssen. Und im Passiv Die Wäsche hatte gewaschen werden müssen. Sehen wir uns nun das Futur 1 an. Eva wird die Wäsche waschen müssen. Und im Passiv Die Wäsche wird gewaschen werden müssen. Und zu guter Letzt noch das Futur 2. Eva wird die Wäsche haben waschen müssen. Und im Passiv Und im Passiv Die Wäsche wird haben gewaschen werden müssen. Vielleicht merkt ihr schon, dass diese Formen sehr komplex sind und ungewöhnlich klingen. Und auch in der gesprochenen Sprache werden diese Formen äußerst selten gebraucht. Das Futur 2 gebraucht man ja normalerweise, um auf eine abgeschlossene Handlung in der Zukunft zu verweisen. Oder um Vermutungen über die Zukunft anzustellen. Da das Futur 2 besonders mit einem Modalverb so komplex ist, greift man in der mündlichen gesprochenen Sprache auch auf andere Strukturen zurück. Denn auch mit Hilfe des Perfekts oder des Präteritums kann man diese Vermutungsbedeutung ausdrücken. Schaut euch noch einmal den Aktivsatz an. Eva wird die Wäsche haben waschen müssen. Hier steht das Futur 2 im Aktiv. Anstelle dieser komplexen Form kann man auch das Perfekt oder das Präteritum gebrauchen. Sehen wir uns auch dazu Beispiele an. Ich vermute, dass Eva die Wäsche hat waschen müssen. Oder ich vermute, dass Eva die Wäsche waschen musste. Auch diese Formen kann man alternativ benutzen, denn das Verb gibt hier schon an, dass es sich um eine Vermutung handelt. Das gleiche gilt auch für das Passiv. Sehen wir uns auch dazu Beispiele an. Die Wäsche wird haben gewaschen werden müssen. Jetzt haben wir den Satz im Passiv und auch im Futur 2. Und ja, er klingt sehr kompliziert und ist es auch. Anstelle dieser Struktur könnte man auch das Perfekt benutzen. Ein Beispiel. Ich vermute, dass die Wäsche hat gewaschen werden müssen. Oder im Präteritum. Ich vermute, dass die Wäsche gewaschen werden musste. Auch diese beiden Sätze wären möglich und haben die gleiche Bedeutung. Um einen Nebensatz zu vermeiden, könnte ich auch ein Adverb gebrauchen und zum Beispiel sagen Die Wäsche hat vermutlich gewaschen werden müssen. Das steht jetzt im Perfekt und das Adverb gibt hier diese Vermutung an. Das wären auch Möglichkeiten, um diese Strukturen etwas einfacher zu halten, wobei alle diese Formen schon sehr komplex sind. Seht euch nun noch einmal die Übersicht zu allen Aktivsätzen und Passivsätzen an mit Modalverb. Auch diese Übersicht könnt ihr euch natürlich in der Beschreibung herunterladen. Denn diese PDF-Datei beinhaltet ja wie gesagt alle Formen dieses Videos. Und jetzt gibt es noch eine Übung für euch. Ihr seht nun vier Sätze mit oder ohne Modalverb im Aktiv. Bitte seht euch die Strukturen genau an und überlegt euch, um welche Zeitform es sich handelt. Bitte formuliert diese Aktivsätze dann im Passiv. Also bitte schreibt Passivsätze und schreibt eure Antworten in die Kommentare des Videos, denn dann kann ich eure Antworten korrigieren. Und sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen ganz netten Kommentar freuen. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, abonniert doch bitte meinen YouTube Kanal. Das könnt ihr hier unten irgendwo tun. Und ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, sodass ihr nichts mehr von Sprakuko von mir verpasst. Und ich freue mich natürlich schon auf das nächste Video für und mit euch und sage wie immer tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! Ciao zusammen!